Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Dr. Mario White, Level 140. Okay, I'm ready. 37, das ist ein Scrolling-Level, oder? Da ist nur kein Scrolling-Level. Everything but not these kind of levels. Natürlich. Okay, das war schon mal richtig. Okay, damit habe ich ehrlich gesagt, keiner wird die Lebe. Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd. Was ich jetzt ehrlich gesagt so regeln kann. So, das regeln wir jetzt so. Okay. Okay. Das regeln wir tatsächlich mal so rum. Das kommt einfach hier rum. Das war eigentlich ziemlich spät von mir. Das machen wir jetzt einfach mal so rum. Okay, gleich etwas sexuell. So sehr gute Kumpel, würde ich mal behaupten. Das kommt einfach mal hier hin. Und das kommt hier hin. Okay, dann kommt das hier hin. Okay. Von vorne. Okay. Das hat nicht so ganz Sinn gehabt. Definitiv nicht. Ist gut schon, dass wir dieses Level für heute aufgehoben haben. Wir müssen wahrscheinlich auch nichts anderes machen. Okay. Ähm. Das kommt einfach mal hier hin. So. Nein. Mist. Jetzt habe ich den Schmied total verbaut. Wenn man schon am Anfang seinen Fehler macht, kommt man eh nicht weiter. Okay. Rechts, 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 rechts links. So. Jetzt machen wir tatsächlich auch mal hier weg. So. Dann geht das hier weg. Okay. Okay. Das kommt jetzt einfach mal hier hin. Okay. Das kommt hier hin. Ah Gott. Das ist der Demonstration dort hin. So. Das kommt hier hin. Das ist der Demonstration. Das war ja hier irgendwo. Jetzt kommt dann noch ein bisschen weg. Das ist der Demonstration. Okay. Das kommt hier hin. Das ist der Demonstration. Okay. Das ist der Demonstration. Und so. So, was war dort? Wenn ich mir das jetzt einfach mal hier hin... So. Okay, dann schaue ich mal so hin. Okay, das sieht doch schon mal besser aus. Soll ich mal aufbauen? Nein. Toll. Nein. Nein. Nicht so kurz vorm Ende. Oh, gut. Das war knapp. So kurz vorm Ende wäre nicht gut gewesen. Okay, da werde ich aufs Green echt ne Menge zu tun haben. 500 Münzen, das ist doch schon mal gut. Und wir haben Ziele vollgeschaltet. Da kommen doch die Geister wieder. So. Aber nach dem ganzen Stress... ...mache ich mal wieder einen Versus-Modus. So, das war ich hier nicht. Also, das war ich hier nicht. ... 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 2600 Stufe 7, da führt uns doch ne Menge an. Okay, dann schau ich aber doch mal. So... Okay, das ist ja die Maschinen. Das ist ja die Maschinen. Das ist ja die Maschinen. Oh... Oh Gott, was verlieren wir da schon da? Was verlieren wir da schon da? Okay. Jetzt habe ich mich jetzt recht. Okay, da kann man schon direkt aufgeben. Warum gibt es hier keinen Aufgeben-Knopf? Na endlich. Das konnten wir nicht mehr drinnen. Definitiv nicht, ja. Okay, dann sage ich uns aber an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Dr. Marie World. Bis dahin, tschau tschau.